Musik Mein Name ist Stefanie Wölk, ich bin in Prenzlauer Berg zu Hause und ich kandidiere erneut für die Bezirksverordnetenversammlung von Pankow. Ich möchte mich weiterhin dafür engagieren, dass Pankow lebenswert und vielfältig bleibt. Mir ist es wichtig, dass alle Pankowerinnen und Pankower gleiche Zugangschancen zu Bildung und Kultur haben. Deswegen möchte ich die kulturelle und soziale Teilhabe stärken im Bezirk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017